Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich die Philips Hue Bridge zurücksetzen und somit natürlich auch die Werkseinstellung wieder herstellen können. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn dein Hue System zu Hause nicht mehr richtig funktioniert oder natürlich auch alles verkaufen möchte, dann macht die Werkseinstellung auf jeden Fall Sinn. Und dabei ist natürlich wichtig zu wissen, dass am Ende alle Einstellungen komplett gelöscht sind und somit natürlich auch alle verbundenen Lichter und Szenen wieder neu eingerichtet werden müssen. Hierfür drehen wir das Gerät einfach mal um und können hier auf der rechten Seite auch schon so ein kleines Loch mit der Schrift Restore Factory Settings daneben erkennen, was einfach so viel heißt wie Werkseinstellung wieder herstellen. Und da müssen wir mal in dieses kleine Loch entweder mit einer offenen Büroklammer oder auch mit so einem speziellen Öffner, wie es ja öfters bei SIM-Karten von Handys verwendet wird, in dieses Loch für mindestens 10 Sekunden hineindrücken. Nach circa 10 Sekunden können wir den Knopf auch schon loslassen und jetzt wird der Reset automatisch gestartet. Das Gerät startet danach natürlich auch wieder neu und somit haben wir auch schon die Werkseinstellung richtig eingestellt und wenn du es jetzt neu einrichten möchtest, dann habe ich dafür natürlich auch schon ein extra Video auf dem Kanal erstellt. Zur Kontrolle können wir das Gerät danach natürlich noch umdrehen und erkennen jetzt, dass nur noch eine Leuchte aufleuchtet, nicht wieder vor alle drei und diese große Leuchte hier. Wenn du dir für zu Hause jetzt auch seine Philips Hue Bridge oder natürlich auch weiteres Zubehör wie verschiedene Lichter zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.